Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Doch unglaublich! Ich finde das empörend, Herr Hofreiter. Ich empfinde Ihre Parteipaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Trauma-Bearbeitung von Jamaika, weil Sie nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen, diese Kleinteiligkeit? Und Herr Hofreiter, nein, Herr Hofreiter, ich lasse jetzt gar nichts sagen. Legen Sie doch mal öffentlich da aus den Jamaika-Gesprächen, wenn Sie darauf zurückkommen. Legen Sie mal da. Wären Sie da bereit gewesen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie! Das ist doch genau das Problem. Wir lösen die Probleme nicht. Und dazu folgen...